Giovannis Trading Chancen am Montag, 24. Juni. Wie wird wohl der DAX nach dem Verfall am Freitag in die neue Trading Woche starten? Einen Ausblick habe ich natürlich für euch vorbereitet. Dazu drei Trading Chancen bei den Devisen und natürlich auch Aktien auf der Watch. Hier eine Gewinnwarnung eines deutschen DAX Konzerns heute und natürlich noch ein paar andere. Seid gespannt und schaut euch das kostenlose und vollständige Video an. Wie immer, dafür einfach nur für Giovannis Trading Chancen registrieren.